Hallo und herzlich willkommen YouTube zum neuen Video und wir sind gerade auf dem Life Your Dream Real Life Server und machen einen Server-Test. Mit dabei ist der liebe Legend of Dead, beziehungsweise nur Legend, Hallö, und der Link Aschkaiver, der ebenfalls für seinen Channel auch einen kurzen Begrüßungssatz sagt. Hallo YouTube, this is Zorolink98 and this video is in German, so don't wonder if you don't understand something, just to say it's German, not English, and hi. Don't push you up, sir. Oh, I've been Rob Man. Okay. Ich bin Zorolink, ist ja klar. Okay. Ich bin Duanero. Das Billigste ist natürlich das Beste. Ja, aber... Wie denn? Dann nehme ich mal ein... Mountainbike. Ja, super. Toll. Was hab ich jetzt als einzigster so ein komisches Bike? Nice. Das sieht ja aus. Ja, gut. Oh Mann. Das hab ich noch nie gesehen. So, was haben wir denn hier? Bitte fahren nun zur Stadthalle. Diese wurde dir auf der Karte angezeigt. Ja, gut. Wollen wir mal, ne? Na klar. Und jetzt noch mal kurz als Information. Ihr könnt auch die Aufnahme von Link euch auch auf seinem Kanal anschauen. Ich werd das Ganze verlinken. Andersrum ebenfalls. So ist es. Also, dann könnt ihr beide Ansichten mal sehen. Ähm, der nette Legend, der macht mal noch nichts. Aber wird wahrscheinlich in den nächsten Aufnahmen dann auch mal für sich mit aufnehmen, wenn er dann dabei sein sollte. Aber ich glaube immer schon. Jo. Denk ich mir auch. Wieso? Ich fahr... Ich fahr hier... Ich fahr die ganze Zeit hier am Boden rum. Fail. Ey, ich bin bei dir mit dem PD gelandet. Scheiße. Oh, oh, ich auch, ich auch. Shit. Irgendwie... Das Mountainbike fährt sich voll kacke. Und... Ich verschlag mich die ganze Zeit. Ich krieg's einfach nicht geschissen. Ich krieg's einfach nicht geschissen. Hängst du auch mit dem PD fest, oder was? Und... Hepp. Verschlag mich die ganze Zeit mit dem Mountainbike. Komm nicht aus diesem dummen PD raus. Und... Ja, ich hab's geschafft. Bin da. Gut. Ich komm hier nicht weg, Mann. Oh, nur die M-Zone. Gut, ja, dann macht man ein bissel hin hier und dann kommt's zur Stadthalle hin. Ja, ich... Ich versuch hier aus PD mal rauszukommen. Ach so, scheiße. Soll das Parkplätze sein? Oh, oh je, oh je, oh je. Okay. Auch gut. Jo, ich bin draußen. So, hier können wir ein... Also in der Stadthalle kann man einen Personalausweis für 200 Dollar beantragen. Arbeitsamt und Hartz IV. Gut. Ähm... Ja, Personalausweis. Wo die... Oh. Was? Hier ist, glaub ich, so ein kleines... Oder? Moment. Was steht denn hier? Ähm... Deinen Personalausweis sowie deinen Job kannst du natürlich später im Fall noch aussuchen. Hä? Du kannst... Äh... Du hast Erfolg... Ach so, da. Erfolgreich Personalausweis beantragt. Gut. Arbeitsamt. Dann... Und was machen wir? Bauer. Gärtner. Bauer. Eisverkäufer. Schichtscharer wäre mal interessant. Hab ich noch nie gesehen. Ja, wahrscheinlich... Du fährst wahrscheinlich mit diesen Boten. Naja. Wird wahrscheinlich genauso wie mit Scharer oder sowas sein. Waffen, Dealer, Drogen. Wir können das aber, glaub ich, gleich mal machen. Aber was gibt's noch? Anwalt... Eisverkäufer? Schocker. Ja, das wird wahrscheinlich... Du musst wahrscheinlich anderen Leuten Eis verkaufen. Ja, wahrscheinlich. Ja, dann lass mal Schiffsfahrer nehmen. Jo. Gut, was muss man dafür machen? Beruf, bla... Voraussetzung, Botschein. Ach Mist. Ne, haben wir nicht. Äh... Wie bekommen wir denn hier nen Botschein? Ich schätz mal per Fahrschule, ne? Ist ja Standard wahrscheinlich. Cool. Annehmen. Ich will's jetzt einfach mal sehen und testen. Können wir alles später ändern. Und bei der Stadtteil ist ein kleiner Fehler drin. Wir können die... Das Hartz IV nicht beantragen, wenn wir einen Personalausweis erst genommen haben. Stimmt. Hatte ich grad auch gesehen. Ja. Du hast... Äh... Du hast einen Job... Na toll. Egal. Gut. Also das Leerzeichen hinterm Komma wird auch nicht berücksichtigt, ne? Keiner macht es. Sehr schön. Nice. Und Polizei. Schönes Wetter heute. Jupp. Ach, das ist... Muss man das Auto irgendwie aufschließen? Ähm... Auto? Du hast kein Auto. Du laufst da... Ja, ich... Oh... Warum lauf ich denn? Ja, wo... Ja, da stand ja auch... Auch da. Bei mir... Hängt das Spielgad so'n bisschen. Wo ist denn mein... Fahrrad? Und... Hier oben. Das steht doch oben ordentlich. Lass uns aber erstmal hier die Punkte abfahren, dann weiter bis ihr zur Fahrschuhe... Ach, fahre jetzt zur Fahrschuhe schiebt.